Was ist City of Mist? Die Stadt des Nebels ist eine moderne Stadt, in der Legenden Wirklichkeit sind und in Menschen wiedergeboren werden. Die Menschen werden Pforten genannt und sie leben eine moderne Fassung ihrer Legenden. Solche Legenden werden Mythoi genannt und können manchmal wahr werden. Trotzdem müssen die Spieler sich weiterhin mit ihrem alltäglichen Leben herumschlagen. Wann immer die Spieler sich ihres Mythos bedienen, erscheint eine mysteriöse und mystische Kraft, um das Übernatürliche vor denen zu verbergen, deren innere Legende noch nicht erwacht ist, den schlafwandelnden Bewohnern der Stadt. Dieser mystische Schleier ist der Nebel und dies ist seine Stadt. Der Schleier lässt aus Händen geworfene Flammen in einem Hochhauskampf wie in Brand geratene Gaslecks erscheinen. Er dimmt das blendende Licht geschleuderter Blitze in einer epischen Schlacht in den Wolken zu einem Gewitter herunter. Oder er erklärt das scheinbar schwebende Diebesgut des unsichtbaren Einbrechers mit einem unerklärlichen Bildrauschen, das nur die Schlafenden sehen, während es den sehenden Beweis genug für ihre ungewöhnlichen Thesen ist. Die Stadt des Nebels erzählt Geschichten, die am ehesten Detektiv-Comics oder Fernsehserien ähneln. Ihr schlüpft in die Rolle der Crewmitglieder, um die sich eure Geschichte dreht, oder die des Moderators, Schiedsrichters, Erzählers oder schlicht des Spielleiters. Das Spiel mit dem Tod. Vorbereitung City of Mist beginnt bereits als Gemeinschaftsprojekt. Trauere den mühseligen Charakterzusammenführungen nicht zu lange nach, denn so hast du mehr Zeit für die echte Action. Du beginnst damit, die Charaktere und die Crew zu beschreiben, sowie den Hintergrund eurer Serie zu bestimmen. Die Spielercharaktere sind allesamt Pforten. Sie führen ihr gewöhnliches Leben, während die Legende in ihnen wächst und sie motiviert, Nachforschung anzustellen. Charaktere bestimmen sich aus vier Themen, um die sich eine Geschichte dreht. Ein Thema kann ein Aspekt des alltäglichen Lebens, des Logos des Charakters sein, wie ein Beruf oder ein Persönlichkeitsprofil, oder ein Aspekt der Fähigkeit seines Mythos betreffen. Hierbei kommen Fragebögen, sogenannte Themenbücher, zum Einsatz, um jedes Thema auszugestalten und Merkmale auszuwählen. Merkmale sind knappe Beschreibungen bestimmter Fähigkeiten, Eigenschaften, Ressourcen und Gegenstände, die ein Charakter besitzt, wie zum Beispiel kräftig, abgesägter Schrotflinte oder Scham eines Prinzen. Sie beschreiben einen Charakter nicht nur, sie begünstigen Drachenklauen und Flügel beim Klettern oder behindern die Wut des unglaublichen Hulk beim Beschützen eines verwöhnten Bengals seine Aktionen im Spiel. Dabei legt ihr auch fest, welche Art von Crew eure Spielercharaktere bilden, welche gemeinsamen Ziele dies hat, welche Fragen es zu klären gilt, was ihre Stärken und Schwächen sind und wie die Beziehungen der Crewmitglieder untereinander aussehen. Die Crew erhält ebenfalls ein Thema und Merkmale. Du willst nicht länger warten und losspielen? Anstatt eigene Charaktere zu entwerfen, könnt ihr auch die vorgefertigten Charakterbücher und Crewthemen verwenden, die im City of Mist Schnellstarter zu finden sind. Spielzüge. Es gibt unterschiedliche Arten von Spielzügen, aber meistens werdet ihr auf die acht Kernzüge zurückgreifen. Nachforschen, Überzeugen, Dergefahr stellen, Alles geben, Kräfte messen, das Blatt wenden, Herumschleichen und das Risiko in Kauf nehmen. Spieler können bei besonderen Aktionen bestimmen, welchen Spielzug sie auslösen wollen oder die Spielleitung wird sie fragen, mit welchem Spielzug sie ihre Aktion begründen wollen. Den Spielzug setzt du um, indem du deinen Würfelwurf vollziehst und die Anzahl passender Kräfte addierst. Hierfür würfelst du stets mit zwei sechsseitigen Würfeln, zählst die Augenzahlen zusammen und addierst, was auch immer zu deinem Zug passen könnte. Dies kann je nach Spielzug variieren. Ein Ergebnis von sechs oder weniger gilt als Fehlschlag. Sieben bis neun bedeutet einen teilweise Erfolg. Etwas Hinderliches wird möglicherweise passieren. Oder du wirst den Erfolg nicht voll umsetzen können, so wie du dir vorgestellt hast. Bei zehn oder mehr Augen hast du einen vollständigen Erfolg. Alle Kernzüge lassen dich plus Kraft würfeln. Kraft ist die Zahl der Merkmale deines Charakters, die ihn bei der fraglichen Aktion unterstützen. Je mehr relevante Merkmale du hast, desto mehr Kraft kannst du für diese Aktion aufbringen und desto größer sind deine Erfolgsaussichten. Einige Merkmale können deine Kraft senken, während die Statie deines Charakters seine Kraft abhängig von ihrer Beschreibung positiv oder negativ beeinflussen. Sofern nicht anders angegeben, führt ein Fehlschlag zu einer schweren Komplikation oder Gefahr. In diesem Fall wendet der Spielleiter einen Spielleiterzug an, was die Angelegenheit für die Charaktere komplizierter macht und den Herausforderungsgrad hochschraubt. Sie könnten verwundet werden, sich einer neuen Gefahr ausgesetzt sehen, etwas verlieren, was ihnen lieb und teuer ist und so weiter. Mythos und Logos Jeder Charakter hat seine persönliche Geschichte, die sich im Laufe der Episoden entwickelt. Jedes deiner Charakterthemen ist entweder Teil deines Logos, deines gewöhnlichen Lebens oder deines Mythos, der Legende in dir. Deine Charakterthemen sind wandelbar. Trainiere sie und werde besser darin, sie anzuwenden oder möglichst optimal für dich zu nutzen. Verluste oder Versagen können aber auch zum Verlust eines Mythos oder Logos führen, eröffnen dir gleichzeitig aber auch eine Gelegenheit für persönliches Wachstum und einen Richtungswechsel. Aus der Asche des alten Lebens deines Charakters erhebt sich ein neues Thema, das neue Aspekte und Merkmale deiner Geschichte einführt. Der Verlust und Gewinn von Themen ermöglicht dir wertvolle Entwicklungsmomente. Außerdem ersetzt du ein Logos-Thema immer mit einem Mythos-Thema und umgekehrt, so dass sich das Gleichgewicht zwischen Legendärem und Gewöhnlichem in dir ständig verschiebt. Aber sei gewarnt. Falls du dein letztes Logos-Thema verlierst, nimmt dein Mythos überhand und du wirst zu einem Avatar, einem gefügigen Instrument in den Händen deines Mythos. Falls du dein letztes Mythos-Thema verlierst, vergisst du deinen Mythos und wirst zu einem Schlafwandler wie der Rest der Stadtbevölkerung. In beiden Fällen ist die Geschichte deines Charakters dann vorbei, denn entweder das normale Leben wird ihn vollständig zurückgewinnen oder sein Mythos wird ihn zugrunde richten. In weiteren Videos erfährst du mehr über die Mythoi und Logoi und nicht zuletzt wie du einen Charakter, deine Crew und eine Geschichte entwickelst. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß in der City of Mist. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß. 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 Bis zum nächsten Mal.